Heute baue ich einen Katzenkratzbaum für eine Freundin bzw. für ihre Katzen. Sie hat Geburtstag. Für diesen Kratzbaum brauchte ich natürlich als erstes mal einen großen Ast oder einen Zweig oder irgendetwas in der Art. Also habe ich als erstes wieder mal bei den Kleinanzeigen nachgeschaut, ob ich da fündig werde. Und tatsächlich, im Nachbarort bei uns wurde inseriert, dass eine Kurkenzehrweite den Sturm Frederike nicht überlebt hat und man könne dort kostenlos Äste und Zweige abholen. Da habe ich gleich mal nachgefragt, ob sie mir auch was Dickeres geben könnten und konnte gleich am nächsten Tag dorthin fahren und mir früh diesen schönen Ast holen. Das ist ja fast ein Stamm schon. Zuhause habe ich den noch ein bisschen als erstes nachbearbeitet und gesägt. Leider habe ich keine Kettensäge oder Kreissäge oder irgendwas zur Verfügung. Also musste ich mich hier mit dem Fuchsschwanz abmühen. Leider habe ich auch keine Bügelsäge, die groß genug für diesen Baumstamm wäre. Ich zeige euch hier nur, wie ich die kleinen Äste abgesägt habe. Glaubt mir, die dicken Äste, das möchte keiner sehen. Das dauert ewig. Da habe ich Stunden dafür gebraucht und ich hatte auch bestimmt zwei oder drei Tage Muskelkater danach. Nachdem ich es endlich geschafft hatte und die Zweige endlich abgesägt hatte, konnte ich dann anfangen, den Baum zu entrinden. Das habe ich auch noch nie vorher gemacht. Ich hatte keine Ahnung, wie das so funktioniert. Ich hatte vorher gelesen im Internet, man könne den Ast zwei Wochen lang oder so ins Wasser legen, damit die Rinde schön weich wird. Ja, die Zeit stand mir nicht zur Verfügung. Dann habe ich gelesen, man könne es mit sogenannten, wie heißt es, Schälmessern oder sowas machen, die es da extra gibt, mit abgewinkelten Griffen. Habe ich aber auch nicht zur Verfügung gehabt. Schnitzmesser oder normales Messer erschien mir auch nicht sinnvoll. Also habe ich es einfach mit einem Stechbeitel probiert. Das ging sogar erstaunlich gut, wie man sehen kann. Da war ich ein bisschen positiv überrascht. Der einzige Manko, der daran ist, dass man teilweise wirklich tief in die Rinde reinschabt. Also wenn ich da hätte noch irgendwas besonders tolles draus schnitzen oder basteln wollen, wäre das nicht die beste Wahl gewesen. So für diese Art und Weise oder für diese Funktion, die der Astmacher erfüllen soll, reichte das vollkommen aus. Nach dem Asten und dem Entrinden ging es dann an die anderen Bauteile. Hier sollte wie eine Art Schlafkiste, Wohnkiste entstehen. Da konnte ich mir jetzt leider nicht die Zeit nehmen, um die anzufertigen. Deswegen habe ich mir einfach im Baumarkt eine Holzkiste gekauft und habe in die einen größeren Eingang für die Katzen reingesägt. Hier habe ich es mir heute recht einfach gemacht. Ich habe ungefähr die Mitte abgemessen und den Bogen mit einer Schale gemacht. So ging es am schnellsten und am einfachsten. Ich bin immer dafür, sich die Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Die habe ich dann einfach mit der Stichsäge ausgesägt. Zunächstes brauchte das Haus, weil es ja noch einen Boden, weil die Kiste gab das nicht her. Da habe ich mir die Kiste als Form geschnappt, habe es mir markiert und wieder mit der Stichsäge zurechtgesägt. Ich habe einen alten Teppichrest bei meiner Oma im Keller noch gehabt. Ich wusste, dass der da liegt. Den hatte ich da hingetan. Den durfte ich auch nehmen, zumindest Teile davon. Und den habe ich quasi umgedreht genutzt, sodass der Filz von dem Teppich, der ursprünglich unten ist, jetzt nach oben zeigt. A sieht er hübscher aus als die Farbe des Teppichs. Und dann sollen es die Katzen ja auch bequem haben. Als nächstes habe ich mir Gedanken um den Fuß von dem Kratzbaum gemacht. Er braucht ja auch irgendwie ein bisschen Halt. Dafür habe ich mir auch wieder ein Brett genommen, habe das grob angehalten und mir vorgezeichnet, wie ungefähr der Baum draufstehen soll, damit ich weiß, wo ich die Löcher bohren muss. Die habe ich erst einmal mit einem Kleinbohrer durchgebohrt und dann nur oben ein paar Millimeter mit einem Zehnerbohrer nochmal drüber, damit ich die Schrauben von unten versenken konnte. Was man hier nicht sieht, was ich ausgeblendet habe, ist, dass diese Platte, die habe ich nochmal so eine Umrandung bekommen. Einfach aus dem Grund, weil ich danach, eine Art, naja, Beton wollte ich eigentlich erst gießen, aber ich hatte hier nur Putzmörtel. Also habe ich den genommen. Das habe ich nicht gefilmt, weil ich Angst hatte, dass es in die Hose geht, muss ich ehrlich zugeben. Dann sieht man, dass ich hier schon die anderen Bretter angebracht habe. Danach ging es dann daran, das Siesalseil dran zu befestigen. Ich hatte unten angefangen mit doppelseitigem Klebeband, weil ich gehofft hatte, das gibt mehr Stabilität. Das hat sich dann als, naja, unpraktisch kann man nicht sagen, aber es war nicht sinnvoll. Also es konnte ich mir auch sparen. Ich habe das zusätzlich mit einer Heißklebepistole gemacht und dann halt schön gewickelt und gewickelt. Das sind insgesamt, glaube ich, 60 Meter Siesal gewesen. Also es ist schon ordentlich, was da so drum geht. Ich war ein bisschen überrascht. Aber es gibt ja schon im Internet schöne Siesalrechner. Da kann man so die Länge und den Durchmesser von so einem Ast eingeben und dann spuckt er aus, wie viele Meter man da ungefähr kaufen muss. Und nachdem das Siesal befestigt war, habe ich quasi die Hütte wieder draufgesetzt. Habe noch vorher so ein kleines Spielzeug dran geklebt, auch wieder mit dem Heißkleber. Dann habe ich die einzelnen Bretter, die Sitzbretter, noch mit dem Vlies, das ich vorher zurecht geschnitten habe, mit dem Heißkleber. Also ich muss sagen, die Bretter sind recht stabil. Ich habe zusätzlich da, wo die Kiste draufsteht, das habe ich zusätzlich noch von hinten mit dem Winkel befestigt, dass das zusätzlichen Halt gibt, weil ich mir nicht sicher war, wenn da tatsächlich ein oder zwei Katzen da drauf sind, ob das wirklich hält. Das war der Bau von dem Katzenkratzbaum. Ich habe insgesamt mehrere Tage dran gesessen, hier natürlich das im Zeitraffer ein bisschen zusammengestaucht. Und ich finde, das sieht ganz gut aus. Und die Katzen haben nach nicht mal fünf Minuten den Baum schon in der Mache gehabt. Also die haben sich tierisch drüber gefreut. Hat prima geklappt und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Von Sparfüchsen und Waldmäusen habe ich hier im Take-Dokorf-Gerstellen gesehen.